du bist du bist jetzt immer noch da oben voll am rumstehen ja ich versuchte es zu abzugreifen aber irgendwie geht das nicht du sollst nicht upgrade was willst du upgraden seine fähigkeiten das geht doch gar nicht das kannst du nur indem du kämpfst und so nein ich kann das auch so los geht's annika ist schon wieder so still ist konzentriert weil sie bett war spielt aber das mit dem oben ich weiß nicht mehr sky irgendwas mit sky in der luft was bauen das wollte ich auch immer mal mit ihr machen das würde mich immer interessieren wie heißt es doch mal mit denen diese insel bauen wie heißt es so machen ja wo du nicht runter fall ja genau weil das habe ich zuletzt bei irgendjemandem zufällig gesehen obwohl ich ja minecraft mäßig nichts mehr angeklickt hatte wird mir das vorgeschlagen dann habe ich gedacht moment ach nee das war bei dir glaube ich von dir wurde mir ein altes video vorgeschlagen könnte gefährlich sein lassen wir mal vorgehen immer weg da das machen ich habe die machete du hast nur eine pistole beziehungsweise wieso sind die jetzt mehr ab die sind alle mitgekommen ja sprich mit uns so hey ich verhandeln mit dir kann ich nicht warum hallo deswegen geht doch mal weg da ich habe die marie gerne bitteschön ich spreche mal mit der joanne ich glaube mit der kann ich besser reden ach mit der kann ich verhandeln die die menschen keine kaffee ach so aber gegen gegen sternchen obwohl naja ich kann ja keine sterne ausgeben dann könnte ich dir sachen kaufen ich könnte rohbombe kaufen für 105 aber da haben wir schon ein paar kaffee können wir nicht selber machen worf sprengstoff hätte ich auch noch also könnte ich machen kaufen wie auch ich glaube da tut gleich jemand dahinter wenn ich schon dreifelstuf genug ja ich habe ja gesagt wir machen eh nicht mehr lange der wird sowieso jetzt gleich keine lust mehr haben ist zu spät ja super darum nicht aber meine augen sind langsam ein bisschen müde können wir ja noch was mit waren wir hier nicht schon mal das geht extrem also ich finde wenn wir die bei den jetzt so zig stunden spielen das geht nicht so auf die augen wie das game hier finde ich ja das ist aber glaube ich jetzt die müdigkeit weil es schon mal hier haben sie haben bei dem kommen auch der damen raus die man sich doch mal aus der ecke raus aber was soll ich mit dem machen aber der will nicht ja du kannst mit dem verhandeln aber ich ich weiß nicht ich will dann nicht so sprich mit johann von den neun ach so ich soll mit wo ist denn die jetzt sind ist jetzt mit dabei ich soll mit der partnerin reden nein mit der ich kaufe mal einfach einmal kaffee von dir so jetzt habe ich mit dir gesprochen kontakt habe ich hergestellt ich habe kaffee gekauft und jetzt mit den anderen überleben ach so johann lass mich da durch ich muss da rein warum verhandeln wir eigentlich in der toilette komm mal raus komm mal raus ich kann an den typen nicht ran hi ganz so ich mag ich nicht du siehst komisch aus ich kauf was kaufe ich denn von dir irgendwas günstiges eine dosenbombe hätte der noch im angebot ein verband verband ist glaube ich immer gut nehmen wir das so besorge einen pack sagt mit lebensmittel für die nachbarn entweder durch plündern aus deinem lager wir haben viele lebensmittel nicht mehr hat mir gesagt wir können kein lebensmittel lagern weil wir so viel haben also könnten eins von der basis ich habe eine solchen probe entschuldigen dass jetzt schreie aber irgendwas gerade laut bei mir hey hey metal episode habe ich nicht eine schöne kappe auf dem kopf habe ich nicht noch eine schönere mütze auf guck mal ja und das so ein bisschen wie die aber irgendwie hast du so ein komisches rundes gesicht irgendwie so die schattierung sind so komisch ich sag doch die guckt so ein bisschen wie die klutet aber du siehst du richtig du erinnerst mich an so ein filmstar aber ich weiß ich weiß mal lass uns doch mal hier eine gemütliche runde auf der auf der couch ich habe nicht machen gesagt ich muss da vorne hin ich muss das klauen so frei nach dem motto sex mit der ex ist das beste genau kommen wir da rein ich komme überall rein ich gehe mal erst oben gucken aber hier ist was zum schlafsack kann ich nicht mit hier sind wasserflaschen sag mal wir sagen immer wir haben keine kein wasser aber wir können nirgendwo welches mitnehmen das musst du dem bringen was auch immer du jetzt ja das muss ich weiß das weiß ich das ist ein polis das wollte ich dir aber noch mal sagen weil das nicht so sicher ist dass du das hier kannst du noch was machen weißt du das hast du es gesehen hier bei dem großen hier kann ich auch noch was ich glaube ich glaube ich habe hier freigeschalten welt und kätzchen und melde dich jederzeit ich wollte gerade sagen haben die hier eine handflattage das sind bäume die guckt nicht so kommen ja der typ hat mich auch so spricht gerade kann ich mit zwei leuten gleichzeitig das kannst du auch nicht doch ich könnte gleichzeitig mit annika auch dann gehören und zu dir sagen was du machen sollst ich bin multitasking ja ja ich habe kaffee und wieso habe ich jetzt kaffee unten drin nur richtig gekauft also jetzt stehen wir hier rum und jetzt ich habe ich habe einen größeren folgerungen rucksack als du musst das eine noch holen ja das ist das mal ja was du nicht mitgenommen hast hier ach wir haben was vergessen ich muss ja mal eben so ein leder wo ich den wegpunkt gesetzt hat da müssen wir noch mal hin da hat das waren die übrigen ressourcen die er mir vorhin schon angezeigt hat hatte man das meinte ja dann lass es doch kurz daneben an ja wohl ja das ist doch direkt hier hier vorne das gute dann nimmst du das eine noch mit und dann gehen wir dann wissen wir dann haben wir das jahr der geräumt dass eine in den blauen waren werden aber das sieht zum toilettenhaus aus irgendwie das blaue ich gehe mal kurz gucken die meinte kommt ja die kommt zu dir jetzt fängt es an wie bei der wird was machst du da habe ich habe den heckschutz verpasst ich habe ein flash mob ich habe 10 g bekommen ja ich habe noch nie auf xbox auf dieses konto gespielt ach so ich wollte ja herz der krankheit vernichte das reichen herz das gebiet bedroht das passt weil euch ist ein krankenhaus drin mit blutigen säcken also hier hinten war die tür offen ja toll hör mal das ist ein krankenhaus wenn wir das später beim anstanden können aber hier ist ein rucksack drin den will ich nicht wir gehen ich gehe noch mal zu dem anderen platz erst mal hast du gehört das müssen wir uns behalten wenn du das beanspruchen kannst hier wie viele von den dingern hast du denn noch gar nichts mehr ich kann momentan nichts anspruchen scheiße weil das soll gesagt das ist eine klinik also da können wir bestimmt vorräte in medizin oder sondern später holen ich muss jetzt erst mal hier runter und die sachen dahinten holen ich gehe mal eben hier oben zur aussicht vielleicht kann ich hier ein bisschen was einscannen scannen mal was ist ja jetzt ist das eine klame tafel wo ich draufstehe ach der ist verletzt auch ich will nicht immer heilen stand verwittertes rotes lagerhaus ach das ist alles schon garten bedarf nie dahinten ist noch was da hinten ist ein sauberer weißer wohnwagen schmutziger elfenbein farbiger wohnwagen jetzt habe ich glaube ich alles wenn ich das richtig verstanden ja ok komme ich jetzt hier wieder runter soll ich mich jetzt hier in tod stürzen das problem ist es werden irgendwie mehr zum ist ja wartest du dann vielleicht mal bis ich unten bin ja ich bin dann den vorbeigegangen ich will in das camp noch mal weil irgendwas haben wir nicht hier eingesammelt er sagt ich hätte hier noch was sammeln müssen wo bist du bei den unten bei meiner gelben markierung bei diesem camp wo wir 300 meter von mir weg weißt du so viel dann zusammenbleiben jetzt auch noch mal oder ist das unsere tank das unsere tankstelle ja stimmt ja aber was heißt das dass dann da keine zombies mehr kommen weil das ist ja so eine safe zone das ist ja in das ding da rein kommt kann ja und du kannst ja diese schließfächer benutzen und ist alles für dich da hinten laufen noch mehr zum ist rum also jedem in diesem hütten ist noch für dich jede menge so warte mal nee zum zielpunkt gehe ich nicht da gehe ich jetzt hin ach da wo wir gewesen sind meinst du moment wo ich gesagt habt ja mir camp gemacht ja sammeln alles ein ich bringe mal die sachen zudem hier vorne ist ja in die richtung sind noch andere so müssen wir an dem schützpunkt hier hier sondern was würde ich ja ich kann es aber nicht mehr aufnehmen sagt dass du deshalb wenn ich hier hin da zu diesem ausbrüsten normalerweise ausnahmsweise leise geöffnet in dem anderen ist auch was für dich noch ich hab noch mal ein bisschen ich habe die sammen haben keinen platz mehr scheiße und ich habe einen größeren rucksack gefunden hast du schon die sachen von der toilette sind nicht nur oder war das für mich nee das war es war für dich oder ich habe keine munition mehr vielleicht waren dass die damen binden es kann sein jetzt habe ich die arme darüber klettern lassen im vollen ansturm acht plätze anstatt sechs meiner das ist natürlich sehr viel mehr ja sie hat auch mehr ich habe auch eine schachtel mit damen binden gefunden denk dran ich habe noch eine seuchenprobe hier im du weißt schon im dings da im dings da im inventar nee ich habe das jetzt weggetan habe ich nicht mal im inventar im schließfach so weil ich denke da bestimmt nicht dran aber wieso ist das jetzt so voll ich habe jetzt alles rausgetan bis auf die eine sache ich bin aber echt mal gespannt weil wir hier mal bären oder so pflücken können also das hätte ich jetzt aber ich mein gut anscheinend hungern die ja nicht ich habe noch nichts gegessen muss ja oder kann auch sein dass das vielleicht dass das so gut gemacht worden ist weil das ist ja sehr nervig wenn die hungern da kennen wir von kohlen haben wir das ja auch immer ausgeschaltet den kram das eventuell dass das auf der höheren stufe nur ist kann das sein ich habe mir ja das kann sein ich habe mir abgewehr noch gefunden modell 70 irgendwie ist das komisch das ist so ein bisschen wie so eine tote stadt ich weiß sie sind ich glaube sie sind wahrscheinlich noch im discord im ts war nicht nicht wir haben sie verschreckt hier ist auch noch was für dich aber ich glaube sie schläft auch bald so wie sie sich anhört hier ist doch ein medie wuchser den kann ich aber nicht mehr nehmen du siehst hier nichts ist mal was zum durchsuchen mädel verarscht mich doch nicht ich glaube takt ich kann doch da oben ist sondern da war ich noch nicht drin beim durchsuchen habe ich ein bisschen viel lärm gemacht kommen noch ein paar freunde ja ich mache die tür von innen zu ihr einfach ach besser durch gesprungen hier kommen kommt zu mama und er war schnell ich muss mal ich muss jetzt mal zu hüte zum klo häuschen oder zum klo häuschen genau ja weil du kannst du die richtung wir haben so viel benzin warum nicht zu der hüte ja aber hier ist ein zombie der hat mich gerade als akku also der hat mich als akku nicht ich ihn also zur richtigen meinst du basis oder wie oder wo was denn musste mich so erschrecken ich habe ich habe einen erwischt hier und hat ja und die anderen sind zu blöd zum rüberkommen irgendwie wir haben doch jetzt war wahrscheinlich zu sehen will ich laden ich habe aber 10 warum nimmst du mir immer meine köpfe weg finde ich nicht nicht ich doch nicht ich weiß aber immer noch nicht zu welchen laden wo eigentlich wird also zur basis richtig nach hause war es ja ja und dann wie ich habe gedacht dass wir da für dich was machen können weil ich meine stimme selber nicht mehr ja du willst auch nicht aufhören ich weiß ich habe gerade auch verlust auf das spiel ja und ich genehmige ist ja auch hin und wieder anstatt etwa der lad aber dann könntest du vielleicht auch tagsüber mal ein paar runden mit mir machen das weiß ich muss nächste woche matthew spielen da kommt das neue dienst raus es gab neue kapitel das ist ja in zwei tagen durch ja 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 ich habe das immer an wochenende komplett durchgequestet nur die verließe also die vierer verließe die wollten wir zusammen dann mit der gilde ich weiß ja nicht vielleicht kommt dann kommt bei the crew kommen die hobbys und das neue motorrad event motorrad event moment bei welchen jetzt bei dem was ich soll ich soll die kommando zentrale aufwärten kann ich das jetzt schon mal hallo aber ich hier überleben hat übrigens immer noch die blutseuche nur mal eben so mann ja wer das ja das steht immer nur bei mir wenn ich hier ins schließfach gehe überleben da hat die blutseuche oder meint er mich jetzt für dich aber das habe ich von anfang an schon steht das bei dir auch drin wenn ich wenn ich hier dran gehst steht dann auch überleben da hat die blutseuche ich bin aber noch fröhlich steht und ich habe acht pizza stücke gegessen nein 8 ja da steht 8 habe ich anscheinend nahrung drin oder so keine ahnung bei mir steht nur ich sollte mal was trinken irgendwie so glaube ich ich habe eine pepsi möchtest was ich habe auch noch alkohol da willst du was hartes ich kann hier eine flasche us single malt geben ja gerne ist ziemlich gut steht hier willst du es haben ziemlich gut ihr immer ja pass auf vielleicht wirst du ja besoffen komme ja wahrscheinlich wahrscheinlich habe ich gleich so ein super effekt da drauf er kann doch abwerfen so so kann ich das aber ich kann es nicht mehr so wie eben kommt trinkt mal trinkt mal vielleicht bis besoffen ja ich kann mich benutzen so ja warte mal außergewöhnliche handelswerden ja aber man kann sich benutzen ein neuer infektionsherd wurde entdeckten auf der karte angezeigt ich gibt es hier wieder wie kann man den abwerfen damit er steht unten rechts glaube ich mit er ihr nimmst mal wieder weil ich kann sich ich kann sich denken ich denke an den kann man vielleicht verwenden für zu kochen die verwerten was du gerade warte mal das gesagt ein moderner klassiker loti ja dann Untertitelung des ZDF, 2020